So, Shackles werden undone. Shackles werden outshackled. So, nachgereist. So, was ist das? Okay. Und das was? Oh mein Gott, Gilderoy Lockhart. Das ist eine Oma mit einem Perm. Und das ist Sherlock. Sherlock ist eine Oma mit einem Perm. Wo ist die? Hol dir Sherlock, bitte. Was war das? War das Kreis? Nee. War das 4F? Nein, das war das nicht. Nee. Dann hier. Oma mit dem Perm! Sherlock. Sherlock. Toll. Und wo ist meine Katze, die auf meinem Kopf drauf sitzt? Aber ich bin auch so ein schönes Monster. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Ey. Die Oma springt nicht mehr so gut, was? Nee. Okay. Äh. Ja, bitte. Manche Sachen gehören nicht ins Internet. Dies ist eine der Sachen, die nicht ins Internet gehören. Ich dachte gerade, ich hab doch mal meine Oma synchronisiert. Ja, du hast meine Oma synchronisiert. Ja, das hab ich. Ich hab mal auf zwei Gläsern einen Soundtrack dazu performt. performt. Ja, das hast du. Wir müssen das immer nochmal richtig einspielen. Nein, müssen wir nicht. Doch. Das ist eine Katze, wir kommen aus einer ganz großen Katze, siehst du das? Du weißt, dass wir Zeit haben, ne? Also, eben nicht. Also, ja, literally not. Das erste Mal. Okay, okay. Hier unten. Aber da, hier, wo ist dein? Aber da geht's nicht weiter. Aber das ist ja mal eine sehr, das ist ja eine sehr, sehr graffitti-bespritzte Frick. Äh, ach, da geht's weiter. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, aber ich, oh. Ich hab einen Stein. Ich brauch den Stein, wir brauchen den Stein. Ah, du musst diesen Stein holen, du musst den fangen. Achso, da ist ein Stein. Scheiße, das ist jetzt, du musst den, du musst erst hoch, nimm den mal weg. Ja. Jetzt musst du hoch. Erstmal hoch, okay. Ja, ich, ich, ich geh hinterher, du fängst jetzt den Stein, wenn er oben ist. Okay. Genau. Und jetzt? Jetzt musst du den Stein hier draufschmeißen. Yay! Ah, okay. Jetzt hast du irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht, ich weiß. Achso, dass die Katze bestimmt da runterfällt. Dass die Katze gestorben ist. Komm weiter. Achso. Hier, geh da durch. Okay. Okay, ich, ah, okay. Nee. Ah, nein, mach das wieder an. Achso. Jetzt komm ich hier nie wieder durch. Doch. Ich geh da runter. Ich geh da rauf. Ja, switcht das, oder was geht das? Au, au, au. Jedes Mal. Also hier muss man immer jetzt links und dann rechts. Ai, 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 ai. Und dann, und dann links. Weißt du, wer ich auch sein kann? Will Graham. Wieso kannst du Will Graham sein? Achso, die Haare. Ja, aber nur nachdem er sie gekofft hat für Honeywell. Ja. Quaffing ist, das ist ein Wort, ich nie will. Du bist so durch mit dem Pferd. Ja. Ich? Ich hab hier so einen Stein, ne? Ja. Ich kann den werfen, dann kommt das zurück zu mir. Das ist voll lustig. Haha. Aber ich glaube, das bringt mir nichts. Nee. Warte. Warte, ich warte mal, bis das alles wiederkommt. Stehe, ich stehe. Was bringt mir das? Ich glaube, der Stein muss da hin. Warte. Vielleicht kommt das alles wieder. Und dann, aber du kannst ja nicht damit springen. Achso, okay. Cool. Episch. Boah, ich geh hier runter. Ja, zieh Leine. Okay, got it. Was ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Nobody knows. Ach, hier können wir jetzt durch. Wuh, wuh. In die andere Dimension. Zack. Boom. Ei, 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 ei. Ein Toast. Zack, boom. Er hat sich ganz getrost. Äh. Ei. Ich hab den, ich hab den Gem geholt. Ach, scheiße. Verdammt nochmal. Ist das gut, Mann. Ja, nee, sag das nicht. Ah, alles ist so gooey und sticky hier und ich komm nicht weiter. Hier sind irgendwelche kleinen Pinguine in. Was ist das? Was ist das? Ah, ich wurde gedettet. Ich wurde aufgespießt. Ah, was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Das ist eine... Ich geh jetzt weiter, weil Wollknäuel ist egal. Mama, die... Dahinten wird schon was exit. Boah, ich schaffe es. Nein. Ich bock jetzt. Nein. Ich bock jetzt. Nein. Ah, noch 10 Sekunden. Ich bin dir dicht auf den Fersen. Geh hoch. Gib meinen Absicht unter meinen Gesicht in der Matte. Warte. Nein. 4 Sekunden. Nein. Ja, ja, ja. Ja. Wir haben es beim ersten Mal geschafft. Was ist los mit uns? Wir haben das vier Quatsch. Obwohl wir gequatscht haben, haben wir am Anfang... Nein, nein. Das geht so nicht. Den musst du da lassen. Erstmal. Geh mal. Du musst auf mich. Oh, ja. Los da. Wie soll das gehen? Was machst du denn? Doch, 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 doch. Komm wieder. Spring da jetzt, warte, bis der weg ist. Okay. Rauf. Auf den anderen. Bumpf. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Ich geh jetzt einfach weiter. Ja, geh, geh, geh. Ich komm hier nicht weiter. Okay, warte. Geh einfach. So. Geh und mach und ich sterbe irgendwann. Ich hab hier wieder so Hammerknöpfe. Ah, und ich werde gedettet. Ich bring mich um, aber jetzt... Ah, vielleicht kommst du ja bei mir raus. Okay. Da ist der Volknoil. Aber das ist auch so... Das muss jetzt wieder da rauf, oder was? Oh, ich hab geholt. Wow. Scheiße. Hallo. Okay. Hallo. Komm mal her. Ja. Warte. Okay, gut. Ich bin durch. Ich hab's aktiviert. Ich hab'n Gem geholt und bin gestorben. Das ist aber voll okay. Ah. Hier hinten sagt wieder irgendwas. Da oben ist... Ich hab... Ich wollt' sagen, ich hab'n Gem geholt. Hier bin ich geholt. Wo geht's hier weiter? Ach, da oben ist so'n... So'n Beamer. Ah, ja. Ah. Scheiße. Okay, okay. Ich hab's rauf. Oh. Oh. Okay. Okay. Kannst du mich hier rausbringen, bitte? Wow. Ich bin auch da. Hier ist ein... Okay. Was müssen wir damit... Ich weiß es nicht. Wird der hochge... Dings? Wenn ich den hier nehm' mir, warte ich nehm' den. Ja. Scheiße. Warte, ich... Wirfst du ihn rauf? Und jetzt? Und jetzt? Muss da hinten vielleicht jemand stehen, warte. Okay. Wirf ihn rauf. Eih. Ich werf ihn rauf. Okay? Ja. Wirfst du ihn rauf? Nein! Noch mal. Oh Gott. Okay. Boom! Okay. Äh. Was passiert jetzt damit? Ich weiß es nicht. Ich wirf ihn einfach weiter. Ja, wirf ihn weiter. Ah. Ah, sehr gut. Geheil. Okay. So. Ah! Okay, geholt. Yeah. Eis, Schlitter. Schmerzen. Willst du ihn holen? Ähm, hier sind mehrere. Ich hol ihn, ich hol ihn. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Hier ist eine Katze. Katze belästigt mich. Ah! Ah, wow. Egal, ich hab ihn geholt. Ich hab auch einen geholt. Okay. Weiter geht's? Ja, einfach hoch, hoch, hoch. Ja, ich auch. Ah, fuck. Noch ein Jump. Boom, boom. Nochmal. Boom, boom. Boom, boom. Okay, ich muss, glaube ich, weiterspringen. Das geht nicht. Ah, okay. Was ist das denn hier? Da oben ist der Schlüssel. Okay. Get the friggin' Schlüssel! Okay. Oh, wer... Dreis... Was ist los mit uns? Guck uns... Aber das find ich wirklich... Nein, nein, aber das ist jetzt Sherlock. Das stimmt. Aber dann sollte ich vielleicht mir eine John-Fresse besorgen. Ich weiß noch nicht so richtig. Wir wissen nicht, was eine John-Fresse... Aber das ist... Es wäre... Wir gucken uns... Wir gucken uns eine John-Fresse um. Vielleicht haben wir Geld, dann können wir neue Köpfe kaufen. Vielleicht findest du da eine Katze, die auf dem Kopf ist. Ja, aber ich möchte jetzt eine John-Fresse, damit das wieder stimmt. Das stimmt ja nicht mehr. Ja, ja. Wenn es im Real Life nicht mehr stimmt, dann... Ja, muss es wenigstens irgendwie durch Charaktere dargestellt werden. Wenn du jetzt halt den John-Perm hast, dann brauche ich den Schnur... Und ich wünsche dich zurück zu einem Zeit lang vergessen. Long bevor die Sch... Die Poop hit die Fan hier. Die Jahre war 17.0... 59... ...ish, whatever. Selbst-made Billionaire, Kat Fanatic, und Theater-Affizionado Perham Furbottom set out to create the biggest, Ritziest, most thrill-inducingst Theater ever. Und er hat das. Und es war die Talk der Stadt. Wie interessieren Dancing Girls, wenn er auch Katzen muss machen? Ach, danke. Er hat den Titel genannt! Und er hat keinen Katsen auf. Was? 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 Oh Gott... Was ist da, Oh? Was das bei Chocoballs? Was denn? Das ist das bei Chocoballs. Was ist denn? Wenn wir noch Köpfe kaufen gehen? Ja! Und ich will sehen, wie das nächste Gefängnis aussieht. Oh, eigentlich ganz nett! Was geht denn hier? Das ist so coole Musik! Oh, irgendwas ist hier drauf! Square Köpfe sind hier nicht erlaubt! Das ändert mich an... Das ändert mich an Corridor! Das ist so cool! Ja! Oh, was ist das da? Warte, warte mal kurz ruhig! Okay, in die Idee! Okay, nehmen wir Köpfe drauf! Ich rede jetzt so, als ob das mein Mund da wäre! Als wäre das was? Der hat so den Mund ganz komisch! Das ist doch auch der Sherlock-Gesicht, das ist doch perfekt! Ja! Auch das ist halt so... Das lange Square ist und so... Ähm, ich glaube... John... Braucht... Ja? Ein Qunari! Oh shit, das ist wirklich ein Qunari! Okay, warte! Oh, wir haben kein... Nein, aber... Lass mal... Können wir hier alle durchgucken, oder was? Köpfe? Ja! Gucken wir hier nochmal, wenn man wieder rausgeht? Ich weiß nicht, hier geht irgendwas... Trading Post... Ja, das haben wir noch nie verstanden, was das ist! Komm wieder! Tschüss! Guten Tag! Was noch? Und wir kommen bei den Nachrichten! Äh... So Linkenkabel, ne? Also ohne Linkenkabel, aber... Ja! Ja, so... Ähm, ich guck noch was alle durch! Ja! Das ist nicht... Nicht John! Nicht John! Uh... Ähm... Ja, okay! Hmhm! Ähm... What? Hm... 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 Was? Oh... Ach so, das Haus war ich ja mal ne Weile... Ah... Ah... Wir haben noch keinen John... Warte... Boah, wenn wir beide gleich aussehen, geht das ja gar nicht. Das ist John. Ich wollte gerade sagen, so. Jetzt sind wir John und Sherlock langgezogen. Richtig. Danke.